hallo let's willkommen bei let's play 7 days to die mit dem Karakon Karl Mahlzeit mit Morph Mahlzeit und natürlich mit Müller dahinten der der fleißige Bäume am verwemsen ist ja moin Leute und der Morph hat immer noch eine Holzachse er hat sich nicht die tolle Achse geholt ne ich habe gerade meine getaucht du stehst aber sehr gefährlich vor mir weil wir wechseln die Richtung hier ach der kleine Baum da er tut mir schon nicht weh tun äh haben wir noch Holzpixer ähm weil wir haben noch 20 Minuten Zeit bis 22 Uhr ja wir haben noch Holzpixer die müssten in der aber die Holzpixer kannst du erst stellen wenn wir alle drin sind ne ich lass uns jetzt schön aussperr's okay ich habe auch schon genug ich komme ich komme wieso kann ich denn nicht laufen ah jetzt kann ich laufen oh okay ich komme rein dein Hintern ist im Weg du bist ein ein Schwein ein Schwein wenn sie mich immer so veräppeln muss ich habe noch einen Baum um dann komme ich rein ich gehe sofort weg ich habe nur ja ja oh Hund hat er wieder auch den Axt in den Schädel geschlagen die Sau so einer ist das der Müller äh na sie ich ja na sie ich ja ich komme ich komme ich bin drin ich mach zu äh ja klack 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 als Info Halitik ist nicht mehr dabei genau klappt es stehen Halitik ist raus weil ähm hat das ganze nicht mehr so viel Spaß gemacht und äh ja wenn er keinen Spaß mehr hat kann man keinen zwingen ne leute und äh deswegen ist er raus er war nicht böse oder was haben wir nicht gestritten hat einfach hat ihm nicht so viel Spaß gemacht und von daher ist er raus ne wollte nur mal Bescheid sagen nicht dass er sagt warum ist er nicht mehr da kein Mensch sagt was und so ne also Bescheid Leute so weiter geht's die Nachts angebrochen kommt denn schon wer ja noch nix Feuer ist an auch der Morph hat schon vorgesorgt sehr gut Morph ist gut ich hab ein bisschen Holz gehackt ja klack 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 in äh der untersten Lagerkiste hab ich jetzt mal ein bisschen Holz reingetan auch nur ein bisschen Ekelhafter Strunzer ja guck mal da rein äh Sekunde zack zack Morph Selbstlob stinkt Eigenlob stinkt furchtbar hier riecht's wieder 5000 sehr gut sehr gut Morph weiter machen ich hab auch ein paar Picken hergestellt und sowas wie kann man eigentlich die Tür upgraden? äh indem man eisernet da klopft man dagegen dann sagt ihr was da fehlt ok geht aber nur mit dem mit dem Hammer ne? mit dem Hammer ja irgendwie ist die rechte untere Kiste irgendwie verschlossen ich kann mir nicht helfen achso ne ist sie auch die ist verschlossen haben wir noch Metall haben wir noch Metall her jede Menge in der Schrottpresse äh Müllpresse das kann sein dass Hallitik die hingestellt hat weiß ich nicht das so ist sonst müssten wir die einfach zersäbeln das ist kein Metall äh äh wo hast du denn wo hast du denn wo hast du denn wo hast du denn die nette Axt reingepackt Helm? eben da wo sie hingehört hier ist ja 1300 Eisen drin oder braucht ihr tatsächlich Metall also miedet ist Eisen miedet ist Eisen alles klar so da 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 ich hab's ich hab's ich hab's hier hab ich noch Samen bam Maiskolben so hast du mal anständig abgegradet dann hast du ja mal ne Tür komm mal nie wieder raus so wirds gemacht die Jungs sehr gut weitermachen Müller weiter machen so Glaskrüge wir brauchen Glaskrüge jawoll 280 Glaskrüge aus meiner Sicht brauchen wir jetzt natürlich hier nicht Fort Knox bauen wenn wir irgendwann sowieso noch umziehen oder? ja stimmt deswegen also ja die Tür ist jetzt genug upgraded würd ich auch sagen da holt's noch rein ja wir müssen dann noch eine Nacht hier durchstehen jetzt langsam mal sicher das stimmt eine große ja so ich hab tonnenweise Yuka zurück jetzt ich geh mal hoch rausgezogen natürlich unten im Kühlschrank ist gar kein Platz mehr da ey dicke Axt zack achso ein Stick Yuka kann man mitnehmen glaub es läuft auch schon die Produktion wo ist denn das Mehl hingef... oh ja das hab ich bemerkt was nicht funktioniert ist wenn ihr Klamotten habt beim Ausloggen wenn ihr Sachen am Herstellen seid beim Ausloggen die sind weg anscheinend in der Herstellungsschleife sind ich hatte noch haufenweise Mais in meiner Tasche und es sollte hergestellt werden meist da nee da ist es also hab nix gesehen behauptet das Gegenteil behauptet das Gegenteil hab ich noch nicht gemerkt zack zack so ja sehr gut funktioniert draußen ist irgendwer am rumgrunzen soll ich mal gucken ach so ne Licht los mal rumlaufen da hinten rennst du sie sie ah seh sie ja ja einmal still so blöde Co soll man noch ein Schreitante hast du getroffen? ne das ist Verschwendung ne an für sich lass sie da hin und her rennen wenn sie will blöde Co wo wo hatten wir denn die Holzdinger drin äh die Knochendinger Holzdinger Knochendinger ja diese äh wie heißen sie große Knochen hatten wir doch irgendwo in irgendeiner Kiste drin auch noch vorkommen so ich hab noch ein paar erste Hilfe Verbände gemacht sehr schön sehr gut perfekt 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 erste Hilfe Verbände sind perfekt äh den Bergbauhelm darf ich mir den rausnehmen na klar dann hat jeder einen ne ja ich hab keinen du hast keinen? ne oh dann muss man noch einen auf jeden Fall für ein Kabel sorgen so geht das nicht kein Bergbauhöfe K geht nicht das machen wir nicht so es läuft immer noch hin und her ich weiß nicht was es tut alles gut so Männer ich bin jetzt Maisbrot am produzieren sehr gut also das gefällt mir jetzt ausgezeichnet Maisbrot ist auch schon drin jede Menge sehr schön was brauchen wir denn könnt ihr euch mitnehmen könnt ihr euch mitnehmen und aus dem Saft den würd ich auch gern irgendwo da kommt der oh wir hatten dann wieder Kohle am am Ende also äh wir haben wir haben auf jeden Fall nur nur ein Footballhelm oben drin ja ne Taschenlampe electrical parts hatten wir ja auch gell Klebeband ja die electrical parts sind hin fort sind die fort okay da bräuchten wir noch acht Stück da könnten wir so einen Bergbauhelm noch bauen habe ich jetzt mal geschaut electrical parts warte mal electrical parts acht Stück 5 Klebeband electrical parts das weiß ich nicht da müssen wir mal gucken wo die sind das sind mechanische Parts nein nein hier ist nix 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 zuseinander hier wem ist denn dieses Fach hier ähm ähm so zerlegen nehme ich natürlich her stelle ich Stoff her stoff Stoff der macht Stoff auch den guten Stoff Mann zauert stoff ist ja keiner Ist das blöd? Ich wirklich nicht. Unterlegen. Maiskolben haben wir noch reichlich. Sehr gut, sehr gut. Wann ist hier am Backen? Da sind die ganzen Gläser am Backen. Sehr gut. Backe, backe, kuchen. Wollt ich mal in die Gläser raus, Gläser raus. Sehr schön, sind auch noch 3 Spitzhacken. So, hat jeder eine vernünftige Axt? Jetzt ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, picken, wenn ihr unten im Keller wühlen wollt, nehmt bitte erst die 150er und verrummst die, ja? Na komm, mach mal ein bisschen. Guck mir das auch mal an. Ich geh da nicht mehr runter, ich geh da nicht mehr runter. Was willst du? Ich sag, ich geh da nicht mehr runter, ich find den Weg nicht mehr raus. Dann müsst du Fackel als Wegweiser hinstellen. Quasi, die das so wollen. Jetzt weiß ich, warum man nen Helm braucht. Ja, ne? Du siehst ja die Hand auf dem Rücken nicht. Ne. Ja, so ist das. Gläser, dann mach ich mal. Wir haben Wasser hier, ne? Ich glaub, trübes Wasser brauchen wir auch mal ein bisschen. Weiß zwar nicht mehr wofür, aber wir brauchen auch trübes Wasser. Ne, dein richtiges Wasser, ja. Bam! Oh, das geht nicht. Zack, zack. Hier sind 60. Kochen. Und hier auch. Aua, hier kann ich gar nichts kochen. Okay, oh, unser, unser Kühlschrank füllt sich zusehends, Leute. Der füllt sich. Ohne Ende. Sehr gut. Maiskorn haben wir noch genug, ne? Äh, wir haben noch neues Mais da unten stehen. Da werde ich jetzt mal noch Mehl produzieren. Volle Pulle. Um. Irgendwas brüllt schon wieder draußen. Ja, die ist immer noch da, die Tante. Hier ist sich. Electrical parts, ich habe electrical parts gefunden. Ah, sehr gut. Sehr gut. Dein Helm kommt sofort jetzt hier. Zack, zack. Zack, Berg. Bergbauhelm. Elektrical parts, Plastik brauche ich. Hat mir irgendwo Plastik. Ich glaube, ist auch in der Müllpresse. In der Müllpresse, ich gehe runter. Ich glaube auch. Yo. Fantástico. Na dann. Wieso, ich kann das nur, ach, ich kann das nur hier herstellen. Ey, das ist mein Eisen. Du hast genug gehabt. Fertigen. 16 Sekunden. Ist er dein. Kannst du abholen, komm. Hier oben in der Werkbank. Ja. Ich komme. Da er den Weg findet. Das geht. Ich bin unter Tage aufgewachsen. Hammer, wie heißt der? Wie heißt der Klauenhammer? Möp, möp. Ah, da brauche ich Metall. Haben wir kein Metall mehr? Habe ich alles Metall schon verbraten? Na ne, da. Klauenhammer. Wo ist der Müller denn? Und denn? Wo geht der denn hier weiter runter? Hier drinnen. In dem Tisch. Rechts. Rechts. Hier. Hier hoch. Ah, perfekt. Danke. Hier hoch. Hier, um die Ecke. Hier. Hier, hier ist noch ein bisschen Eisen. Alter Schwede, weil ich zieh mir erstmal meinen Helm an. Hier. Wo F anmachen. So, eins, zwei, drei, vier. Zack. Oh, jetzt wird's eng. Was wird denn eng? Was wird eng da unten? Ich hätte ja eigentlich das Eisen direkt oben lassen können. Ja, jetzt. Nicht ganz so tragisch. Oh ja. Sehr gut. So, das Ding dann erstmal. Kettensägeblatt haben wir sogar da. Mein Gott, was wir alles für Zeug da haben. Hier ist noch ein Bauplan Lederhandschuhe. Ich kann den nicht einlesen. Ich auch nicht mehr. Ich hab ihn schon. Ich auch nicht mehr. Niemand mehr. Wo liegt der drin? In der Müllpresse. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher. Uh, hier sind auch alles mögliche an Samen, wisst ihr? Den kann ich auch nicht mehr nehmen. Wo ist hier noch mehr Eisen? Wollen wir mal das Sand? Kann man Sand weghauen? Da kommt gleich Eis. Guck mal den Bauplan zerstören. Ich kann ihn auch nicht mehr lesen. Ne, zerstören nicht. Den verkaufen wir beim Händler. Ah, okay. Machst du da mit dem Schippe oder was? Den Sand? Den Sand, ja. Der gibt uns dafür nämlich Bares. Sehr schön. Da unten. Ah, das wollte ich noch zurückstellen. Das wollte ich noch zurückstellen. Sehr gut, sehr gut. Ah, klappt hier ganz gut. Ist ein Schreier oben in der Nähe, kann das sein? Ja, die ist die ganze Zeit da. Aber die rennt da draußen vor der Tür hin und her. Die weiß nicht wohin. Und ja, deswegen hab ich gedacht, ich lasse mal ein bisschen. Da hin und her latschen, die alte Ziege. Karl, du könntest, bevor du wieder runterkommst, ein paar Fackeln basteln und den Weg aussch... Ich stehe schon neben euch. Ach so, okay. Bevor du wieder runterkommst... So spät. So spät, ja. So spät, ja. So spät, ja. So spät, ja. Bevor findet ihr den Aufbruchgang wieder nicht. Ah, wunderbar. Ich... Ne Produktion läuft aber langsam hier an. Oh. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, ich hab den Cyan kaputt geschlagen. So. Oh. Oh. Hat sich komisch angehört wie Holz oder so. Was denn? Fist, meine Schaufe ist kaputt. Ich hab nur eine. Ich hab nur eine bei. Brauchst du noch eine bei? Ist jetzt natürlich nicht mehr besonders, aber ich geb dir mal beide. Danke dir. Danke dir. Willi-Traps. Wo ist Metall? Hier ist Sand. Halleluja, jetzt hab ich hoffentlich zurückgelebt. Jetzt müsste ich mal gucken, wie das geht hier. Kann ich gar nicht. Das ist ja doof. Was kommt mir da denn da unten? Ah, da ist der Eisen, oder? Ja, klar ist der Eisen. Tatsächlich? Muss ich aber erstmal den Sand weg machen. Cool. Ist ja geil. Gleich komme ich nicht mehr raus, ne? Oh, wir müssen. Ah, Stahl muss ich ja. Stahl. Stahl brauchen wir unbedingt, ne? Stahl. Hier, Stahl. Stahl war unmenschlich, ne? Dazu brauchte man ein Level. Kann ich nicht kaufen. 20 glaube ich, gell? Äh, ich brauche, ich muss Werkzeugschmied Level 6 sein. Boah. Na das ist der Hammer. Ist nicht schön. Werkzeugschmied Level 6. Ach du Schande. Da muss ich mindestens Level 30 für sein, für einen Punkt. Also ich schätze mal Level 40 muss ich dafür sein. Wenn das doch bekloppt. Autsch. Das ist Mist. Was sollte ich mit runter bringen? Schaufeln? Oder was? Jo, Schaufeln, ja. Haben wir noch welche im Tresor? Stimmt. Weiß ich nicht. Jo, bring ich mit. Warum rutsche ich denn hier nach vorne? Warum ist der hier aus? Der Miller untergräbt mich. Kein Holz. Kein Holz. 5.000 Holz hat der Mauf mitgebracht. Wo denn? Äh, bei den Dreierstapeln, äh, da die neuen Kisten, wie die bei uns unten drin. So, jetzt kommen wir nicht mal raus, ne? 2.000, okay, zack. Hier machen wir den Stein hier weg. Abgang haben. Bisschen Holz. Abgang wieder auch noch haben. Da. Verlegen, zack. Sehr schön, hier noch einen. Einschalten, rein. Rein damit. Ja, hier, Eisenschmieden brauchen wir nicht zu verlegen. So, wo soll ich die Schiffe hinwerten? Da, Walzer erstmal. Clay haben wir noch genug? Ne, haben wir auch nicht mehr. Ja. Zack zerlegen. Hier, Angelblei, Leute. Angelblei immer zerlegen, zerlegen. Okay. Boah, Spitzhacke schon durch, ey. Ja, die Produktion läuft, Produktion läuft. Was braucht ihr? Neue Spitzhacken. Alles. Äh. Alles. Spitzhacken. Ja, mach ich mal hier. Mach ich mal. Vier Stück. Wird gebaut. Sehr schön. Oh, Spitzhacken sind mir genügend. Mist. Altsch gebaut. Aber kein Eisen mehr. Alles Eisen verjuckelt. Die sind fertig. Ja, hier auch noch Eisen. Hier geschmiedetes Eis. Druck raus. Boah, 290. Sehr gut. Ja, läuft an. Sehr schön. Ich höre euch ja hacken, wie die, wie die Verrückten. Rund im Keller, ey. Bong, Bong, Bong. Schau mal, wer da hämmert. Schau mal, wer da hämmert. Ja, ja, hämmert, ja. Hey, war schon lange nicht mehr im Keller, ne? Aber du findest auch nicht mehr raus. Ja, ist, ich, ich bin hier, ne? Ich koch, hab ich was leckeres zu essen. War hier noch raus? Ja. Ja, ja, ich hab nen Weg gebaut. Wenn die sieben Zwerge gleich aus der Grube kommen. Heiho, heiho. Dann haben wir hier auch was zu puttern. Wir haben vier Uhr. Das ist perfekt. Dann können wir aufhören, wa? Dann können wir aufhören, dann können wir aufhören. Das ist ja sofort. Feierabend, Feierabend. Vier Uhr, Feierabend. Ha, 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 ne Müller. Stempelkarte raus. Feierabend, Feierabend. 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 Und in die Kneipe. Ja, und in die Kneipe. Ja, und in die Kneipe. Hier von so, äh, ja. Alles versaufen. Die Olle kann am Herd stehen. Oh, ist halt richtig, ne? Ja, ja. Eine Frechheit. Wir sind den Tusch rein. Ah, das ist ja das Zeug noch. So. Dann geh ich mal die Olle bedienen da vor der Tür. Olle bedienen. Ich versuch mal den Weg rauszuführen. Da, 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 da. Äh, da geht runter. Olle bedienen vor der Tür. Und wir gehen hier. Hier muss ich erstmal Platz schaffen. Oh Mann, ich scheiße. Feiche. Hier. In der Grundtalbahn ist das da unten. Na, ich komm mal. Ich komm nicht rollen. Hier ist ne Fackel. Okay, da geht es hierher, oder? Ich hab ganz egal. Du bist doch schön dafür brauchen wir uns. Viel simileid. Ich hab mich wieder zurückgerannt. Das ist egal. Das ist egal. Okay. Ich muss mal den Weg machen. Hierher. Ach, diese Schräge da hoch. Ja. Da lauf ich immer dran vorbei. Hey. So, jetzt ist aber Ruhe mit dir, du Puh. Oh. Äh. I need help. I need somebody. Somebody, okay. Da oben sind nämlich noch. Noch zwei Schreitanten. Oh. Äh. Wie kann ich die Ambus nochmal nachladen? Ja. Weiß auch nicht. Oh. Ich bin gerannt. Oh. Oh. Äh. Okay. I'm running. I'm running. Hier kommen nur ein paar. Hau da rein. Du Ziege. Halt. Erstmal das Eisen loswerden. Besand. Wo ist noch wer? Ach gut. Noch einer angelatscht. Sehr gut. Guter Schuss. Uh. Vier Stück. In den Kopf. Ah daneben, Idiot. Shock. Und hinten noch wer? Schroeven. U recorder voraNI didn't. Der hört nicht, der Maul. der hat auch noch tausend pfeile sehr schön da waren ganz schön viele ja auch schon verarbeitet drei schreier glaube ich auch ne vier sogar das ist schon reichlich hier schreihälse na gut hier die ganze matsche tante weg da kommen wir keine knochen raus was ist denn für ein Mist hier gibt's zombie am spieß sehr gut zack 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 lecker feinschmecker heute macht er immer so bei den ollen haben wir ja mal ganz schön den marsch geblasen so was brauchen wir nicht das vergammelte fleisch ne vergammelte fleisch weg ja daraus könnte man in der theorie auch fertilizer herstellen da haben wir aber noch kein zeug für andere wichtigkeiten ja holzer kabur ist auch angesagt wir brauchen letzte nach heilen gehen ja was wir zu essen da hast du so viel auf die nuss gekriegt ja ich habe nur noch 20 leben so armbrüste brauchen wir neue wird jetzt gebaut wird gebaut keine sorge hier immer kind kommt auch ein klack 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 muss auch in einer feder sammeln gehen oder für diese feile federn sammeln für für die bolzen ja ja muss jeder sammeln an für sich habe ich habe ich 200 stück gesammelt sehr gut ja dann bau dir 200 bolzen die spitzen müssten hier drin liegen 194 spitzen liegen noch drin abbrechen abbrechen spitzen spitzen aus eisen wie viel solche bauen ich baue mal 500 ach so muss mein eisen abliefern aber da und kley haben wir fast nichts mehr ähm bolzen bolzen 1 2 3 4 4 ich gehe mal clay holen armbrust ich kann keine armbrust herstellen ich habe noch keine gelernt Bei Spitzern brauche ich. Och, Leder. Leder. Wer hat die Armbrust gelernt, Morph? Ich, ich, ich. Ich habe Armbrust gelernt. Miller, hast du Leder in der Tasche? Äh, ne. Wo ist denn Leder? Weil wir hier an die Kiste nicht rankommen, ist doof. Ja. An die eine Kiste komme ich nicht ran. Jaja, egal. Warte mal, ich besorge Leder. Leder, 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 Leder. Du musst ja mal Clay holen. Ne, ne, du brauchst kein Clay. Wir brauchen Armbrüste, wenn wir uns nachher verteidigen wollen. Warte mal. Du musst doch Eisenspitzen machen, da brauche ich Clay für. Nein, nein, Eisenspitzen laufen schon. Warte mal bitte. Ich, äh, ich tue jetzt alles, was du brauchst. Hier rein. So, das brauchst du. Zack. Eisen brauchst du. Eisen habe ich ja keins. Wo hab ich das denn hingeschmissen? Kleber und Klebeband und Holz. Voreisen. Kleber und Klebeband. Kleber, Klebeband. Oh, ich hoffe, dann brauche ich nicht zu viel. Kleber. Kleber, Klebeband, Kleber. Äh, Armbrust. Holz. Leder. Eisen fügt jetzt nur noch. Warte, ich hab Eisen. Eisen hast du? Ja, reingepackt. Wie reingepackt, wo reingepackt? Ja, hier in den Bergbank. Nein, nein, das ist kein Eisen. Das ist ja das Eisen. Wir brauchen aber geschmiedetes Eisen. Achso, das musst du auch sagen. Ja, hast recht. Zack, geh mal her. Das kann direkt wieder weg, hier in die Kiste. Plipp. Wo war denn das? Hat doch irgendwo. Ja, ich hab welches. Zack. Ach, hast du welches. Gut. Zack, äh, ja, jetzt wird langsam sogar hektisches angesagt. Äh, das kommt dein, das kommt dein. Ich bin ein bisschen am aufräumen. Ja, das kostet alles Zeit, ne? Wir müssen echt Holz und, und, und Pfeile besorgen. Also sollte jeder am besten so 150 bis 200 Pfeile in der Tasche haben für heute Nacht. Die 14. Nacht bricht an. Wenn wir da nichts haben, dann, äh, flächen wir in den Allerwertesten getreten. Doch, ich kann sie herstellen, die Armbrust. Kannst du? Super. Könnte sie herstellen, aber nicht da drin. Komischerweise. Armbrust. Nee, ich habe das Rezept nicht gelernt. Alles klar. Okay. Ah, da sind die Fallspitzen, alles klar. Zack. So, Bolzen. Zack. Kleber, ich muss wissen, noch Kleber herstellen. Bolzen und Federn, passt. Armbrust. Soll ich ein paar Armbrüste herstellen? Boah, schreit er mich wieder an. Soll ich vor allen Dingen nicht anschreien. Ich habe ganz normal geredet. Nein, du schreist in Irrer. Meine Ohren. Ja. Ich habe alles Zeug dafür in den Tisch gelegt. Außer Klebstoff fehlt uns noch. Hat jemand so viel Klebstoff? Oder weißt du, wo welcher liegt? Nein. Kühl mal nach. Wenn in der Müllpresse. Nee, dann muss ich Klebstoff herstellen. Das ist doof. Aufhören. Zack. Äh, Klebstoff. Kleb. Nicht Kelb, sondern Kleb. Kelbstoff. Klebstoff. Da brauche ich trübes Wasser. Sehen Sie? Trübes Wasser brauche ich. Trübes Wasser. Ja. Trübes Wasser. Ja. Maximum. 48. Puh. Dann machen wir mal. 45 reicht auch. 48. Zack. Broren. Blöpp, blöpp, blöpp. Holz, 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 Holz. Holz rollen. Holz rollen. Zack, zack. Kannst du unsere Bäume schon ernten? Ja, ja. Ja, Bäume kannst du ernten. Ja, du müsstest höchstens neue, neue Bäume hinstellen. Dann mache ich jetzt auch gleich. Uh. Wie neue Bäume hinstellen. Samen hier. Samen in die Leiste ziehen und dann einfach mit Rechtsklick. Und dann umrennen wir einen Bekloppt da auf den Boden gucken. Das ist echt. Blöd gerade. Wie viele Armbrüste hast du denn gebaut? Jetzt mal auf zwei, ne? Ich habe doch gar keinen, ich habe gar keinen gebaut. Ah, okay. Kein Kleber. Da ist doch alles da drin. Alles. Achso. Hab ich dir noch gesagt. Komm ich gleich gleich, komm ich gleich. Wir hören wir nicht. Oh, ey. Das ist immer so. Ach du Scheiße. Hier laufen bestimmt 20 Zombies. Wo? Zu der Hütte im Nord-Nord-Osten. Zu der Hütte dahin. In der Reihe. Wo denn? Hier, direkt. Zu der anderen Hütte. Da, wo ich zu der Hütte da unten runter. Abfangen, die Typen. Wo war dein Licht aus, Morph? Hab ich schon. Ist doch aus. Jetzt ist es aus. Jetzt war ich. Oh, yo. Da ist es aber noch heute. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wir haben irgendwie ein festes Ziel, ne? Wir lassen sich gar nicht ablenken. Er ist da ausgesondert. Oh, jetzt habe ich doch zwei dicke Mutti, sag mal. Am Popo. Hast du doch gerne. Ja, ja. Besonders die dicken, ne? Sag ich, wie viel brauchen die denn? Oh, blöde Kuh. Das kannst du vergessen hier. Alte Ziege. Boah. Alte Ziege. Alte Ziege, sag ich. So, äh. 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 Äh, ne. Das war es. Nein, nein, nein. Kopf, du. Lust, du. Das war es. Oh, ich hänge am Baum. Nein, nein, nein. Holzen. Eine hat sich noch angeschlichen. Sag. Zack. 30 Dollar hat sie mit dir. Wollte mich bestechen. Wollen wieder Federn. Federn. Ey, die hatte drei Federn bei, die dicke Mutti. Federn, ja, Federn. Oh, was sollen wir denn jetzt alles machen? Federn. Alles rot. 90 Grad. Mir ist zu heiß. Okay. Kurze Hose anziehen. Zack. Ja, ja. Ich habe kapiert. Kurze Hose. Uh, jetzt wird es eng, Leute. Jetzt wird es eng. Oh, und ich sehe, wir sind auch schon über, über dem Mars schon wieder angekommen. Ach Gott, so. Ja. Vorbereitungen laufen. Die Nacht haben wir ja locker überstanden. Und, ähm, ja, ich finde, so langsam wie sicher machen wir uns. Hä? Hä? Was? Karl ist gestorben? Wie? Weiß ich nur nicht. Boah. Wie weißt du nicht? Na, siehste, zum Abschluss nochmal, der Karl ist gestorben. Sehr gut. Prima. Wunderbar. Dann sehen wir beim nächsten Mal, wie er sich wieder auf die Pinne robbt. Und mal gucken, ob wir das nächste Mal schon den Abend erleben. Ich glaube ja schon, ne? Okay, in diesem Sinne dann. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.